Da wache ich auf und bin verschwitzt, der Hals tut weh, ich frühe ein bisschen und denke dann, es wäre noch gut, einen Schnelltest zu machen, einfach schauen, wie der tut, prophylaktisch nur, ich bin doch gesund, mich verwutscht, das sage ich doch nicht. Als Hypochondra habe ich schon viele Tests gemacht, alle Negativ haben nachher laut rausgelacht, habe irgendwann gedacht, zu mir kommt es doch nicht, Covid-19, come on, give a shit, ganz ehrlich, ich hätte es nicht erwartet, hängt meine Pandemie, ging an mir vorbei. Dann gehe ich zum Test und hebe die Nase her für das Stäbchen, die Frau Doktor kommt und grübelt um, nüssen muss ich sehen, alles nebelig. Und dann schaut sie mich an und sagt, der Test hat zwei Strichchen gehabt, ich sege positiv und muss sofort in die Isolation gehen. Schnelltest, Positivitätsraten, fick dich, Virus, alles hast verbraten, egal ob original oder Mutation, ein Arschloch, das bleibt. Lockdown, ein Ranze, es ist eine Katastrophe, Experten täglich, die wollen uns nicht laufen, er wird, du kannst mich, weg dir ist kein Bein zu offen, Arschloch, hau ab. Virus, du bist doch der Grösste Wichser, der es je hat gegeben, weg dir müssen wir eine Maske tragen und können unsere Freunde nicht mehr sehen. Jetzt bin ich COVID-19 und ich bin jetzt 10 Tage allein, doch wenigstens habe ich genug zu offen und Netflix daheim. Doch wenigstens habe ich genug zu offen und Netflix daheim.